hallo leute wir freuen uns dass ihr wieder zu seht wenn ihr neu seid dürfte uns gerne ein kostenloses abo geben wir würden uns freuen heute ist der erste stein in unserem rätsel viel glück hallo leute es geht los mit unserem rätsel ihr seht hier unseren lustigen drehteller ich werde jetzt das allererste teil darauf legen und morgen wird das zweite teil daran befestigt das ist das erste teil von dem set wie gesagt nicht unter das video schreiben ihr könnt zwar ihre bemerkungen darunter machen aber eure wie soll man das sagen euren tipp in die e mail die eingeblendet wird oder unter dem video steht dann wünschen wünschen wir euch viel spaß beim raten so das war's für heute noch kein glück gehabt dann wartet bis morgen morgen kommt der nächste stein wir wünschen euch viel glück und bitte diese e mail adresse benutzen nicht unterschreiben das zählt nicht schöne tschüss